Hallihallo meine Lieben und herzlichen Willkommen zurück zu Greedfall. So, wir haben jetzt herausgefunden, dass der Vater des Schiffsjungen ihn für Geld an die Nauten verkauft hat. Der Schiffsjunge kennt allerdings nichts anderes und auch nicht seine Eltern, weil das wohl in jungen Jahren passiert ist. Und ja, jetzt hat der Vater ihn entführt, um halt beides zu haben und das wollen wir irgendwie verhindern. So, wir wollen mit der Madame reden und hier ist auf einmal irgendwas, was glitzert. An das Dienstmädchen gerichteter Brief. Alice, ich möchte, dass du mehrere Mahlzeiten zubereitest und sie in die Lagerhäuser bringst, die wir am Kanal besitzen. Mein Mann wird dort für ein paar Tage mit seinen Angestellten und seinen Männern arbeiten. Deshalb kümmere dich darum, dass es genug Essen für alle gibt. Und sei diskret, wir wollen nicht, dass andere Familien empfahren, was vor sich geht. Oh ja. Da habe ich nämlich auch meine Vermutung, dass das jetzt nämlich das Lagerhaus ist, wo der Junge gefangen gehalten wird. Und da machen wir uns natürlich jetzt ganz schnell auf den Weg hin. Die Karte finde ich ziemlich gut gemacht. Ist das auch schon. Nicht so auffällig zu sein. So, Lager, 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 Lager. Das sieht wirklich aus wie ein Lagerhaus. Da war jetzt auch keine Tür. Aber irgendwas muss ja hier sein. Ah-ha. Ah-ha. Lady de Sade, was machst du hier? Ich habe gekommen, zu suchen für deinen Sohn. Die Nords sind über seine Erinnerung. Die Nords haben ihn von uns genommen genommen, aber wir haben ihn zurück. Und er wird mit uns bleiben. Würdest du so nett sein, was ich sagen muss, Herr Fontaine? Herr Fontaine erzählt hat, Charissa versuchen an seine Vernunft zu opulieren, ja. Toll, hat nicht geklappt. Ich würde nie sagen, wenn ich es nicht wissen würde. Du solltest das schon gedacht haben. Breaking das Konkret könnte haben regrettable consequences für die Congregation. Der Prinz will wissen, wie sie mit den Nords beschäftigen. Wenn sie meine Sonne zurücknehmen, meine Frau wird sterben. Her sadness wäre all die mehr terrible, wenn sie gelernt von deinem Rolle in der Geschichte. Du denkst du? Du würdest nicht aufhören, zu erzählen. Ich bedanke dich! Du wirst mich nicht mit einer Wahl verlassen. Sehr gut. Geh die Schlüssel und... ...hier weg. Kurset mich der Tag, wo ich meinen Sohn über die Nords verbreite. Alle Kinder verlassen den Nords jeden Tag oder anderen, Herr. Auf Wiedersehen. Geht doch. Man kann das auch alles freundlich klären. Sehr schön. Ich hätte jetzt damit gerechnet, den Typen zu verprügeln. Da. Es ist nicht möglich, nur jetzt. Ja, wir haben keine Wissenschaft. Und da ist bestimmt wieder Schloss knacken. Ich wusste es. Hallo, Boy. Wer bist du? Mein Name ist Desardet. Ich bin der Mitglied der Congregation. Dein Kapitän hat mich, um dich zu finden. Und warst du bereitst, meinen Vater zu ermöglichen? Ja. Obwohl ich ihn ein bisschen schraubt. Das macht mich nicht. Er hat keine Ahnung, um seine Gedanken zu verändern. Ich fühle mich nicht mehr für meine Mutter. Sie scheint so süß und glücklich zu sehen. Du bist nicht so sehr nahe zu deinen Eltern. Ich habe sie nicht seit ich fünf Jahren gesehen. Ich kann sie gar nicht vergessen. Ich weiß es, dass sie mich wissen. Ich habe sie ziemlich gemerkt. Sie lösen mich, und auf diese Gebärbesteheile. Jeg 궁금 will es nicht so sehr nahe. Die Familie sind die gods. Ich bin entspricht für meine Eltern. Aber das ist dielle Richtung. Jetzt kann ich zurück. Kann ich nach Hause gehen? Ja. Du solltest immer noch und sagen dir, Auge Frau ein dein Vater. Dann finden sich Arschläufe. Ich komme den Tisch. Ja, aber er hat... Ich muss ihm ja recht geben, ne? Was ist denn hier eigentlich? Kann man auch lang? Und hoch? Und hintereingang? Schönen guten Tag! Hoch! Leutschken! Und hier raus. Ach, das wäre wahrscheinlich, wenn wir... Hätten wir auch am Hof lang gekonnt oder so. Also so scheint es zumindest. Na gut. Dann wollen wir mal zurück zum Hafen. Dem Käpt'n Bescheid geben. Und dann können wir natürlich unseren Cousin suchen. Da ist auch das Lager, wo unser Cousin drin ist. Ich will jetzt aber auch das erst anledigen. Weil, wie gesagt, ich habe halt Angst, dass wenn ich unseren Cousin jetzt mitbringe, dass wir dann sofort, ähm, ne? Aufbrechen. Und gar keine Chance haben, die anderen Questen noch abzugeben. So, bevor ich dich jetzt anspreche, gehe ich jetzt erst zu dieser Blöden Kiste hier hin. Und räuber die aus. So, jetzt... Schön. Jetzt können wir auch nach den Gütern fragen. Ich habe eine Frage zu fragen, bevor wir gehen. Ich bin nur Liz. Wir würden gerne ein bisschen Merchandise ins Ihr Schiff's hold. Impossible. Du bist zu lange für das. All Merchandise muss be registereded at the Port Authority. Und die Formalitäten sind lang. So, wenn du mich um mich zu turnen Smuggler und hide Contraband auf mein Vessel? Ich würde nicht so weit gehen. Wir sprechen nur noch ein paar Krates, nachdem. Also, dann müssen wir uns warten. Der nächste Schiff, für Neu Serene, leaves in einem Monat. Hellfire. Wenn das Schiff nicht verlassen heute, der Kommander wird meine Hände. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber ist es eine Art Schiff, wie wir diese Krates können? Das ist ein Schiff. Ich habe nicht vergessen, was du für uns für Jonas getan hast. Ich würde dir gerne ein Wunschwunsch, aber mein Quartermaster ist mehr Stubborn als der Tide. Er ist sicher, dass die Thug wollen unsere Vessel um die Karte zu bringen... ... 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 Weil das ist, er hat die Gäste gelegt, um die Recherche zu verraten, bevor sie aufstehen. Alles, was ich für dich tun kann, ist zu schreiben, deine Krates in die Schiff's Manifest. Wenn du sie in die Warehouse machen kannst, sie finden ihren Weg in die Schiff's Halt. Und mit der Manifest, der Gäste Gustavo will nichts sehen, als Schiff. Bitte versuchen, die Gäste zu verraten, die Gäste. Sie sind meine fellow Norts, nachher. Vertreibe die Wachen des Lagerhauses und vertreibe die Wachen des Lagerhauses, habe ich schon gemacht? Das habe ich schon getan? Ach, oh mein Gott, das ist dasselbe Lagerhaus, wo die Ketzer drin waren. Wo sind denn jetzt hier die Typen? Da hinten. Ja gut, jetzt ist das auch erledigt, schön. Jetzt müssen wir nur mit dem Quartiermeister sprechen und dem sagen, dass wir das erledigt haben. Ähm, der war in der Mitte, ne? Zu finden. Irgendwo hier, glaube ich. Hier, glaube ich, das war der Quartiermeister. Da. Ah, sehr schön. Ah, so. Jetzt können wir uns unserem Cousin erwähnen. Dann haben wir nämlich hier auch alles erledigt. aus dem Weg. Ich sag einmal. Fähigkeitenpunkt und ein Attributpunkt. Noch ein Fähigkeitenpunkt. Ja, dann kann ich doch den hier nehmen, oder? Da brauche ich nämlich nur einen Punkt für. Genau. Attribut. Hm. Ich nehme wieder mentale Kraft. Ich würde mich aber auch lieber da rumschleichen, als mit den Typen da zu verhandeln. Aber da fällt mir gerade was ein. Genau. Können wir nicht jetzt eigentlich unser Gewehr ausrüsten? Ne. Das ist eine andere Waffe. Da. So muss das sein. Und ich muss dann, glaube ich, genau die Schusswaffe zuweisen. Ähm. So. Trank ist da. Stärketrank, großer Magitrank. Das kann ich alles so trinken. Äh, nehmen. So. Würde es halt bei was bringen, hier lang zu gehen? Ich weiß nicht. Ja, ich kann da rein, aber ich kann die, ich kann die Dingens ja nicht aufmachen. It's not possible just now. It's blocked. Okay. Ach, jetzt kriege ich die Tür nicht auf und, uah. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ja, das kämen wir mit dem Auge. Gelb ist verdächtig, rot ist erkannt. Okay. Oh, das nenne ich knapp. Ach, hier wären wir dann. Ah. Okay, da kommen wir gleich dann raus. Schlüssel zu Konstantins Zelle. Münzen. Was ist das hier alles? Münzen, Munition. Altes Bestick des Wams. Well, this has been monumentous, gentlemen. But I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Konstantin, it's me. My fair cousin. Oh, my lucky star. Always there to pull me out of my fires. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is reading himself of a source of constant disappointment. Ah, enough said. Today we set sail for adventure. Okay. Der Typ ist definitiv irre. Aber das wissen wir schon, wie wir hier hin und her switchen. If you only knew, how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to board. You've always been the reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing matters? Kurt. It is your highnesses' decision to make. Whatever it is, I shall follow. Dann kommt mal mit ihr, ihr Schnuckelchen. Wollen wir euch hier jetzt ganz schnell rauskriegen. Und zwar nehmen wir hier den Gang. Gucken. Hier liegt doch so viel Zeug. Oh. Gucken. Wollen wir mal gucken. Sehr schön. Oh. 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 So, und ab nach oben. Gut. Jetzt können wir hier ungehindert zu dem Kapitän und unseren Cousin da abliefern und dann eigentlich, ja, aufbrechen zur Insel. Denn wir sind fertig. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Wir sind definitiv fertig. Sollen wir mal noch... Fehlt hier jetzt nicht einer? Ach, da hinten läuft er. Sollen wir noch mal gucken, ob er hier was zu sagen hat? Weil er hat ja auch immer nach unserem Cousin gefragt. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Ich bin froh, dass ich mich in eine Sinister-Jäule gegründet habe, bei Thugs, bereit zu töten mir. Though, noch zu sehen, von der Nachts-Drink, ich habe eine Ingenieuse-Escape-Plan, wenn... Tada! Ne, das war es eigentlich. Ich wollte das eigentlich nur hören, ob du da auch noch was zu sagen hast, dass er jetzt da ist. Also ich bin fertig. Nein, fertig. Die Nauten hätten angeblich einen Biest mitgebracht. Und ich habe gerade sehr viel Munition gekriegt. Nein. 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 Was in der Hölle Manner von Cargo sind Sie transportiert? Hilfe! Wir brauchen Routes! Wir müssen sie verraten! Hilfe! Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie eine Hand. Im Moment. Ach ne. Oh ne! Oh nein. iano不會 Äh, ausweichen ist ne gute Sache. Das wirft hier mit irgendwas. Warum wirft das hier mit irgendwas? Oh mein Gott, was ist das? Das wirft hier mit irgendwelchen Stacheln oder so. Ich schaff das. Gott sei Dank. Greenblood! Wie ist das? Gut, gut. Er ist tot. Ich bin gut. Deine Lehren haben sich effektiv verstanden. Ich habe noch nie einen Beest gesehen. Es ist ziemlich unglaublich. Naja, ich fand's jetzt nicht gerade so berauschend. Also es hat Ähnlichkeit mit dem Beest von The Witcher. Aber auch mit dem Waldschrat so ein bisschen von The Witcher. Also so ne Mischung. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass mich vieles eher an Gothic und Drakensang erinnert. Die Monster, also so wie ich das jetzt sehe, wirklich eher an The Witcher. Und das mit den Charakteren, das ist definitiv Dragon Age. Also da hat man wirklich so einen richtig hübschen Mix genommen. Okay, wir können das Monster nicht plündern. Also werden wir zum Schiff gehen und jetzt hoffentlich endlich ablegen können. Ja. Gentleman. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Station's lads! Weigh anchor and ready her to wear! Lively now, lively! Catch me a win! Ich muss sagen, ich finde das echt gut, dass sie das so gemacht haben, dass die Nauten, also diese Seefahrer, tätowiert sind im Gesicht. So als Erkennungszeichen. Ich finde das richtig gut, durchdacht. Ich bin schon richtig gespannt. Vor allem, wenn die Stadt schon so schön detailreich war. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Caber! Ja! Oh, 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 oh. Tear Freddy, ahoy! What a charming welcoming committee. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, indeed, these are rather peculiar customs. I see, I see. It seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry. These doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Go and trouble the noughts. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are. To your health. Aha! You got your dose of bile, too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. MY city! Uh, Your Excellence! We must wait for our escort! No need! Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied! How so? My admiral laid me off. My cousin was, nonetheless, delighted with your services. I hope that there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense. But it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service, for a while. Oh, we have no schoolmate lead. Nicht gehört, sondern Vasco. Ähm, ja, ihm gefällt das nicht. Ich denke mal, ähm, der hat, äh, Ärger gekriegt wegen dem Biest, was ausgebrochen ist. Also, das denke ich jetzt einfach mal so. Okay, Vasco ist ein Duellant, dessen außergewöhnliche Beweglichkeit seinen Mangel an Schutz ausgleicht. Außerdem ist er ein Meisterumgang mit Schusswaffen. Äh, ein Handklingwaffen und Schusswaffen, giftige Beschichtung, spezieller Schwertentrick, Fraktion Nauten bzw. Verdächtig und Freundschaftsbonus Intuition. So, die nehmen wir mit in unsere Gruppe und ich muss mich verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.